Was fällt Ihnen hier zu ein? Da fällt mir ein Schweinebraten zu ein, den wir heute Morgen da gekauft haben. Wir lieben Lebensmittel. Bedienung ist gut, Beratung ist gut. Relativ teuer. Verkaufsmasche. Also es ist sicherlich jetzt ansprechender gestaltet als eben jetzt irgendwie bei Aldi oder Lidl oder sowas. Da kauft man zu viel ein. Preis. Ich gehe da nicht einkaufen, dann ist es zu teuer. Also wegen des Preises brauchte zum Aldi keiner zu gehen. Qualität. Sowas darf eigentlich nicht mehr verkauft werden. Fairness. Was glauben Sie, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen? Also die sehen mir zufrieden aus. Der Edeka Revelcheck. Supermarkt-Riesen. Konkurrenten, aber ein Geschäftsmodell. Besser sein als die Discounter. Qualität ist besser als bei Aldi. Und man kann gezielter nehmen. Also man nimmt nur drei Pflaumen. Bei Aldi muss man gleich zehn Pflaumen nehmen. Ein bisschen exklusiver. Man fühlt sich da einfach so ein bisschen gehobener. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ein besseres Gefühl beim Einkaufen. Wie schaffen das die Supermarkt-Riesen? Reve und Edeka ist für uns hochwertiger als ein Discounter, als Aldi, Lidl oder Penny, wie auch immer sie heißen. Das heißt, das hat auch was mit der Ladengestaltung zu tun. Sie haben das Gefühl, dass es da bessere Lebensmittel gibt. Das ist ganz klar. Gefühlt bessere Lebensmittel? Das wollen wir prüfen. Zunächst mit einer Reise in die Niederlande. Hier kaufen wir Orangensaft und Käse. Und zwar von Herstellern, die Reve und Edeka nicht führen. Zurück in Köln füllen wir den Saft aus Venlo in die Flaschen der deutschen Supermärkte. Unser Experiment kann losgehen in der Essener Fußgängerzone. Hier ist er, unser niederländischer Orangensaft. Wir bieten ihn an als Saft von Lidl, Edeka, Aldi und Reve. Fällt unser kleiner Schwindel auf? Na zdrowie. Den von Reve fand ich am besten. Warum? Weil er nicht zu süß, aber auch nicht zu künstlich. Welcher schmeckt Ihnen denn am besten? Der erste. Der ist nicht so süß wie die anderen. Ja, der hat so richtig die richtige None gehabt, finde ich jetzt einmal. Schon erstaunlich. Es ist immer der gleiche Saft, der hier bewertet wird. Nun servieren wir unseren holländischen Käse. Gleiches Spiel. Welcher war am besten? Reve. Warum? Ich fand den am würzigsten und so ein bisschen cremig. Der erste hat mir am besten geschmeckt. Das ist der von Reve. Warum war der am besten? Der war fester in der Konsistenz. Ich fand den Edeka-Käse am besten. Der war weich und geschmacklich am besten. Aha. So funktionieren Marken. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Bild. Das Bild ist ja eigentlich gleich, aber der Rahmen macht dann die Entscheidung. Sie können ein Bild nehmen wie die Mona Lisa, da ist eben ein barocker Rahmen drin. Wenn sie an Edelstahlrahmen sagen, dann ist alles gebildet. Und somit ist die Marke dann irgendwie besser. Unser erster Check. Mit welchen Verkaufsmaschen arbeiten Reve und Edeka? In der Logik unseres Marketing-Profis ist der Discounter der Edelstahlrahmen. Edeka und Reve sind der prachtvolle Barockrahmen. Der Mann war früher Manager im Supermarkt und weiß, wovon er spricht. Der Supermarkt von heute fängt immer an mit Frische. Wenn Sie das sehen, das wirkt einfach frischer. Und dort, wo Frische ist, gibt es einen anderen Boden als im Rest des Ladens. Warum wird das gemacht? Warum habe ich hier einen anderen Boden? Ja, Sie müssen sich immer vorstellen, Sie erleben die Welt ja mit allen Sinnen. Wenn Sie einen Boden haben, der mehr natürlich ist, glauben Sie auch, dass es natürlicher ist. Noch besser wäre zum Beispiel ein Pflasterboden, der Ihnen subluriert. Sie sind auf dem Markt. Also je mehr ich mich hier auf dem Markt fühle, umso mehr glaube ich, es ist frischer. Und bin auch bereit, dann mehr zu bezahlen, komischerweise. Ein paar Schritte weiter ist der Kunde dann gefühlt beim Metzger. Sie sehen ja hier die Fleischtheke hier. Gucken Sie den Menschen, der dahinter ist. Glauben Sie, dass der Metzger ist? Ja, ich glaube es ihm. Und das reicht erstmal. Das ist das Erste. Das heißt, ich kaufe mehr, wenn ich denke, der Mann hinter der Theke ist ein Metzger? Ja, komplett hin. Lassen wir uns tatsächlich so verführen und kaufen mehr als geplant? Wir sprechen Kunden vor ihrem Einkauf an und rüsten sie mit kleinen Kameras aus. Und was steht auf seiner Einkaufsliste? Die weiße Linie, Butter, Joghurt, Milch. Los geht's. Komm, dann gehen wir mal los. So. Bitte die Kamera. Das ist meine Kamera. Die kannst du vielleicht hinterher mal haben. Der erste Stopp beim Obst. Bremszone heißt das in der Branche. Jetzt kommt's raus im Fernsehen. Ich kaufe meine Unterhosen bei Chivo. Wir betrachten derweil das Ganze mal aus der Unternehmerperspektive. Bei Heinz-Wilhelm Paschmann. Seit 50 Jahren Edeka-Kaufmann. Wie Edeka bin ich? Die Edeka gehört. In den meisten Edeka-Märkten haben selbstständige Kaufleute das Sagen. Unternehmer wie er. Guten Tag. Paschmann führt einfach alles. Für solche, die nicht kochen wollen und solche, die eine Kunst daraus machen. Kein Mensch braucht 40 verschiedene Sorten Salz. Aber hier haben sie die Auswahl. Die Vielfalt, das ist etwas, was einfach Lebensqualität ist. Und Vielfalt ist ein Aushängeschild für den Supermarkt. Unsere Rewe-Kunden füllen derweil den Wagen mit Obst und mit Brot. Obwohl es eigentlich nur Milchprodukte sein sollten. Ich nehme die jetzt einfach mal. Vier Stück. Gut. Reicht nicht. Fünf Flammkuchen obendrauf. Das alles ist aus Butter, Joghurt und Milch geworden. Was war besonders ansprechend? Also gerade solche Sachen hier wie diese, wir haben jetzt Flammkuchen von Steinhaus. Die Marke ist bekannt, das ist attraktiv, das ist immer teurer als alles. Das hätte ich jetzt in der Woche vielleicht nicht gekauft, aber ich dachte jetzt zum Wochenende, macht einfach mehr Spaß auch. Also ich lasse mich auch optisch durchaus verführen. Keiner von 15 Kunden, die wir beobachtet haben, kam nur mit dem raus, was er ursprünglich kaufen wollte. So muss das auch sein, aus Sicht der Supermärkte. Eine Studie der GfK zeigt, mehr als ein Drittel der Einkäufe im Supermarkt machen wir spontan. Wir denken uns nicht viel dabei, aber die Händler schon. Sie verführen letzten Endes durch ihre Vielfalt. Wenn wir bei Ali vielleicht zwei Sorten Essig haben, dann haben wir hier 30 Sorten Essig. Der billigste 39 Cent, der teuerste 9,99 Euro. Was passiert im Gehirn und sagen, oh ist es wirklich wert, 9 Euro auszugeben für den Essig? Da schmeißt das Gehirn schon einen Veto ein und ganz sagen, oh der ganz billige, ob das noch gesund ist, wenn es so teure gibt. Dann gehen sie dann auf Nummer sicher und nehmen halt die Mitte. Diese Entscheidung haben sie beim Discount-Off gar nicht, weil es nur eine Sorte gibt. Während es bei Aldi rund 1000 Produkte gibt, können es bei Rewe oder Edeka bis zu 50.000 Artikel sein. Und da greift man auch schon mal zum teureren. Auch Extras, zum Beispiel für die Kleinen, sind nett. Aber nicht nur nett gemeint. Sammeln Sie die Suche? Ja. Sammelbilder für einen Einkauf ab 10 Euro. Sammeln Ihre Kinder auch diese Sticker eigentlich? Ja, wir haben drei Alben zu Hause. Gehen Sie deswegen auch hierher? Da zerren mich die Kinder hin. Dorska kommt dann an und sagt, hast du schon für 10 Euro eingekauft. Die will jetzt für 10 Euro einkaufen. Und Rewe ist zu seinen Kunden ein weiteres Mal nett. Und Bargeld mitnehmen? Ne, brauche ich. Machen Sie auch manchmal diese Cashback-Geschichte, dass man Geld abheben kann bei Rewe? Ja. Und legen Sie dann auch was drauf, um auf diese 20 Euro zu kommen? Ab und an, ja. Wenn ich weiß, dass ich Geld abheben muss, dann überlege ich mir schon vorher, wie ich auf die 20 Euro komme. Alles Verkaufsmaschen, die einem die Laune nicht verderben. Uns nicht und Edeka und Rewe erst recht nicht. Na, so roh wir. So richtig verführt werden wir aber durch das Image der Supermärkte. Denn kaum jemand hat gemerkt, dass wir viermal den gleichen Orangensaft und den gleichen Käse aus Venlo an unserem Stand angeboten haben. Fast alle hatten einen Favoriten und das war eher selten ein Discounter. Schon häufiger Edeka und vor allem Rewe. Wenn ich Ihnen sage, dass es alles die gleichen war. Das glaube ich. Aber ich? Ne. Ich habe wirklich gedacht, der erste, der erste war ein anderer. Ja, habe ich gedacht. Was sagt ihr jetzt? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Also, hat schon irgendwie verschieden geschmeckt. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil irgendwie war immer so eine andere Konsistenz und hat auch anders geschmeckt irgendwie. Die Marke, die Verkaufsmasche. Edeka und Rewe, muss man einfach sagen, haben da eine gute Arbeit gemacht. Die haben ihre Marken im Bereich Lebensmittel dahin positioniert, dass die Menschen das Gefühl haben, die Wahrnehmung haben. Sagen wir Ihnen mal die Wahrnehmung, dass es da besser schmeckt. Und dann ist das so. Unser erstes Checkurteil. Die Verkaufsmaschen bei Rewe und Edeka sind ausgeklügelt. Wir sind in Köln beim Journalisten-Nachwuchs des WDR. Für unseren nächsten Check brauchen wir Unterstützung. Es geht um diesen Warenkorb. Es wäre super, wenn ihr für die Produkte, die hier drin sind, wenn ihr da die Preise notieren könntet. 15 Markenprodukte von Milka bis Almigurt, 4 Städte in Deutschland und 8 Volontäre im Einsatz. Ja, dann kannst du. Okay. Unser zweiter Check. Wie steht's mit dem Preis bei Edeka und bei Rewe? Zurück bei Herrn Paschmann. Manchmal wundert selbst er sich, wofür die Kunden Geld ausgeben. Das sind alles Tofu-Produkte. Ja, ich hab gedacht, das kauft kein Mensch. Also bei den Preisen. Aber das ist eben die Vielfalt. Und es gibt Leute, die das gerne kaufen. Wie teuer ist das? Naja, sehen Sie sich mal hier so ein kleines Ding. Da wird gerade einer satt. Noch nicht einmal. Das wäre für mich eine Vorspeise. Das kostet mal eben 3,30. Festgelegt werden die Preise und das Sortiment hier. Also hier sind wir im Allerheiligsten im Ladenleiterbüro. Von hier aus wird eigentlich der Laden gesteuert. Die Edeka-Zentrale in Hamburg gibt Preisempfehlungen. Also alle Preise, die sich eigentlich beändern, die sehen wir hier drin. Das ist zum Beispiel ein Preis für nächste Woche. Da verändert sich der Preis. Der ist jetzt aktuell für 6,49 und dann kostet der 5,49. Gibt's denn Preise, an die Sie sich zwingend halten? Ja, die Werbung. Ja, und die Discountpreise. Ja. Die Discounter geben hier den Ton an. Edeka richtet sich nach Aldi-Preisen. Wegen des Preises brauchte man eigentlich nicht zu einem Discounter zu gehen. Der Aldi hat im Lebensmittelbereich zwischen 800 und 1000 Artikel. Und wir haben rund 1100 Artikel gut und günstig. Und diese Artikel sind immer auf den Pfennig genau der Discounterpreis. Weil die Discounter alle den gleichen haben. Also das heißt, wenn Sie sehen, die Discounter haben die Milch preiswerter im Angebot, dann gehen Sie hier bei den Preisen runter? Wir würden binnen eines halben Tages auf jeden Fall genau denselben Preis. Tatsächlich? Wir kaufen im November die gleichen Produkte. Ja bei Rewe, gut und günstig bei Edeka und dazu Aldi. Und stellen fest, das Toilettenpapier kostet bei Edeka, Rewe und Aldi Süd 1,95 Euro. Die Tüte Milch bei allen dreien 60 Cent. Und die Butter 95 Cent. Auf den Cent genau gleiche Preise bei den günstigen Eigenmarken. Und die Markenprodukte. Sind die teurer als bei den Discountern? Unsere Nachwuchsjournalisten haben ihren Auftrag erfüllt und Preise gecheckt für 15 Markenprodukte. In vier Städten, bei jeweils vier Supermärkten. Das Ergebnis? Der Warenkorb war im Schnitt bei Lidl am günstigsten. Dann Netto. Dann Edeka. Dahinter Rewe. Preisunterschied zwischen Rewe und Lidl gerade mal 1,50 Euro. Aber kann man bei Rewe und Edeka auch billiger davon kommen? Wenn man auf die Angebote achtet, dann geht's. Frischfleisch und so. Ist ganz gut. Joghurt und Butter und Fleisch, die haben ja immer Sonderangebote. Die haben wir noch nicht berücksichtigt. Sonderangebote. Supermarkt oder Discounter? Wo macht man die besten Schnäppchen? Eine Frage für die Experten von der Internetseite Lebensmittelsuchmaschine. Sie haben sich darauf spezialisiert, die Sonderangebote aus ganz Deutschland auszuwerten. Preisvergleich per Mausklick. Wenn ich jetzt Butter suche als Verbraucher und ich will das günstigste Sonderangebot, was kann ich denn dann machen? Aber relativ einfach, Sie geben Ihre Postleitzahl an, damit das System erkennt, in welcher Region Sie leben und wo Sie einkaufen wollen. Sie würden dann sich hier die Butter herausfiltern und dann können Sie relativ einfach erkennen, wie viele Produkte diese Woche in Ihrer Region im Angebot sind. Und hier sieht man, die Butter ist unter anderem bei Diedl, Edeka, Rewe und Aldi im Angebot. Wie oft hatten die Läden deutschlandweit zum Beispiel den Kaffee aus unserem Warenkorb im Angebot? Und zu welchem Preis? Das Ergebnis? Wenn man sich das Ganze im Detail anschaut, so lässt sich feststellen, dass beispielsweise für den ausgewählten Kaffee Lidl den günstigsten Durchschnittspreis angeboten hat. Nämlich? Durchschnittspreis 3,88 Euro. Beim Kaffee also der Punkt für Lidl. Die anderen waren im Schnitt bei den Angeboten etwas teurer. Und beim ganzen Warenkorb? Wieder hat Lidl im Schnitt die günstigsten Sonderangebote. Doch auch hier die anderen Märkte nur knapp dahinter. Die größte Spanne kaum mehr als ein Euro. Lidl gewinnt, aber die Supermärkte halten erstaunlich gut mit. Unser zweites Checkurteil. Die Preise bei Rewe und Edeka sind bei beiden vertriebbar. Doch billig, sagt die Edeka-Werbung, kann jeder. Hier, Preisschilder. Druck frisch! Heidelbeeren. Ernte frisch. Edeka kann angeblich mehr. Die Qualität ist schon besser, gerade bei Obst und Gemüse. Also bei Rewe und Edeka beides. Bei den Discountern ist das nicht immer so. Da muss man auch aufpassen. Rewe und Edeka versprechen das gewisse Extra. Aber stimmt das? Ist das Gemüse frischer? Das Fleisch hochwertiger? Und die Feinkost noch leckerer? Unser dritter Check. Ist die Qualität besser als beim Discounter? Die Nachwuchsjournalisten hatten übrigens noch eine zweite Aufgabe. Einkaufen. Frische Produkte. Feldsalat, Zucchini und Trauben. Wieder in vier Städten, bei vier Märkten. Von jedem Feldsalat bringen wir eine Packung ins Labor. Sind die Salate mit Keimen belastet? Eine Probe von Edeka in Erfurt fällt direkt auf. Hier hat jetzt schon, wie man das sieht, eigentlich so einen Verrottungsprozess eingesetzt. Man sieht auch hier die Flüssigkeit, die sich zum Teil hier sammelt, so braune Flüssigkeit an den Blättern. Und da sind sicherlich auch so Fäulnisbakterien drin. So was darf eigentlich nicht mehr verkauft werden. Feldsalat, Zucchini und Trauben packen wir in den Kühlschrank. Was hält wie lange? Kameras halten die Veränderung fest. Und wir haben Zeit für die Fleischtheke. Ich hätte gerne ein kleines Stück Kälzerleberwurst. Wir entscheiden uns für Hackfleisch. Rewe und Edeka haben das in drei Preisstufen. Beispiel Rewe, das Discount-Hack zu 2,35 Euro. Deutlich teurer Wilhelm Brandenburg und die Theke. Immer 500 Gramm. Wo die Unterschiede sind, soll uns ein Labor erklären. Worauf kommt es bei Hackfleisch an? Entscheidend ist sicherlich der Bindegewebsanteil. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Aber das ist für den Wert des Produktes ganz entscheidend. Wie viel Bindegewebe, wie viel Muskelfleischanteil ist da drin. Für eine genaue Analyse werden die Hackfleischproben zerkleinert, mit Sand gemischt und dann getrocknet. Das zieht das Fett aus dem Filter raus und tropft es nach und nach in meinen Topf rein. Und das Fett, was Sie nachher dann rauskriegen, das können Sie wiegen und wissen dann den Fettanteil? Genau. Wir sind gespannt. Nach fünf Tagen beim Frische-Check. Die Kameras liefen non-stop. Alles an Obst und Gemüse hat sich gut gehalten. Ausnahme der Salat von Edeka Erfurt. Na ja, kann ja mal passieren. Alle anderen Salate auch nach fünf Tagen frisch und unbedenklich. Das macht ziemlich frisch. Den würde ich noch essen. Sieht gut aus. Und Edeka? Geht gar nicht. Ungenießbar, aber ungefährlich. So das Labor nach der Keimuntersuchung. Die Zucchini alle in Ordnung. Ob vom Discounter oder vom Supermarkt. Ebenso die Trauben. Heißt, einen frischen Vorteil hatten Rewe und Edeka gegenüber den Discountern bei unserer Stichprobe nicht. Wir sind bei Wilhelm Brandenburg, dem Fleischwerk von Rewe. Wir produzieren pro Tag ca. 30 Tonnen Kochschinken. Wie das Hackfleisch gibt es den Schinken in drei Stufen. Einmal von Jahr für 64 Cent pro 100 Gramm, dann Brandenburg für 1,49 Euro und die Theke für 1,59 Euro. Hier wird der Kochschinken für die edlere Rewe-Eigenmarke Wilhelm Brandenburg von Hand geformt. In Metallbehältern, angeblich für den besseren Geschmack. Das Besondere ist die Würzung. Das Besondere ist auch die Würzung, genau. Und die Zubereitung. Und die Zubereitung, also auch der Ablauf. Aber das Fleisch ist immer das Gleiche bei allen Produkten? Der gekochte Schinken ist sowohl für Wilhelm Brandenburg als auch für Jahr. Der ist sowohl für Wilhelm Brandenburg wie auch unter Jahr. Und der Kochschinken, der später an der frische Theke verkauft wird, ist aus dem gleichen Fleisch. Kann ich dann nicht auch eigentlich gleich den Jahrsschinken kaufen? Warum muss ich dann an eine Theke gehen für den hier? Also was ist an dem besser? Wissen Sie, Geschmack ist unteilbar. Aber die Qualität ist eigentlich gleich gut. Die Qualität ist natürlich gleich gut. Mehr als doppelt so teuer und doch nicht besser als die Discounter-Qualität? Und was ist mit den Schinken von Edeka? Wir lassen auch die im Labor untersuchen und stellen fest, wie bei Rewe ist die Qualität ziemlich ähnlich zwischen der abgepackten und der Thekenware. Jetzt zum Hackfleisch. Positiv fällt bei Edeka die Qualität an der Metzgertheke auf. Sehr wenig Fett. Aber die abgepackten Produkte liefern wieder die Überraschung. Die beiden Hackfleischprodukte, Premium und gut und günstig, von der Firma Edeka, sind praktisch gleich in der Qualität. Das zeigen die Analysenergebnisse sehr schön. Die Schwankungsbreite der Resultate ist so gering, dass das offensichtlich aus ein und derselben Produktion stammt. Beim Fettgehalt und auch sonst praktisch kein Unterschied. Trotzdem zahlt man für das abgepackte Premiumprodukt viel mehr. Durch die Bank Unterschiede beim Rewe-Hackfleisch. Der Fettgehalt bei den abgepackten Produkten ist hoch. Vor allem bei der Discount-Ware. Hier fällt leider das Produkt der Marke ja auf, weil der Fettgehalt weit über dem deklarierten Wert liegt. Es sind angegeben 19,8 und wir finden 22,4. Und wir finden nach unserer Fleischuntersuchung immer große Preisunterschiede, aber nicht immer Unterschiede in der Qualität. Geben wir Rewe und Edeka noch eine Chance und Passanten die Gelegenheit, an einem feinen Essen teilzunehmen, zubereitet von einem Sternenkoch. Wer bereitet das zu für uns ganz schön? Der Junge, ne? Genau, das ist der Maximilienkreuz. Auf den Tisch kommen die Feinkost-Eigenmarken von Rewe und Edeka und Vergleichsprodukte von Aldi Süd. Mal sehen, was der Sternekoch dazu sagt. Wo kaufen Sie denn Ihre Produkte eigentlich? Größtenteils versuchen wir direkt zu beziehen beim Hersteller. Sprich, wir versuchen auch regional zu bleiben beim Bauern. Hohe Ansprüche eines Sternekochs. Erste Vorbereitungen für unser Drei-Gänge-Menü. Und wir packen schon mal weiter aus. Schinken und Salami aus der Länderlinie von Edeka und von der Rewe-Eigenmarke Feine Welt. Sie treten an gegen die entsprechenden Aldi-Produkte. Alles neutral verpackt, auch für den Koch. Gelb ist Aldi, rot ist Edeka und grün ist Rewe. Jetzt darf auch der Koch wieder in seine Küche. Ja, Herr Kreuz, wir sind jetzt fertig. Das ist jetzt alles ganz neutral. Wir haben nur noch die kleinen bunten Klebepluten, die Ihnen jetzt nichts sagen. Und würden Sie jetzt Ihrer Kunst überlassen? Vielen Dank. Vorspeise, Olivenöl, Salami und Schinken. Der Sternekoch probiert. Also ich finde, ein Schinken muss eher schmelzen auf der Zunge, als dass man so wahnsinnig aufgrund kommen muss. Und schmelzt für mich eigentlich noch nichts. Wie sehen es die Gäste? Unsere zwölf Testesser sind da. Und wir servieren den ersten Gang. Guten Appetit. Guten Appetit. Also beim Schinken ist es mir sehr leicht gefallen. Ich muss mich wirklich bei einem schütteln. Von den Olivenölen her gefällt mir keins. Ranzig. Fahrt. Allenfalls gut, um die Fahrradkette damit zu ölen. Direkt nach dem Gang die Bewertung. Das beste Gericht bekommt von jedem Gast ein Sternchen. Am meisten Sternchen bekommt Grün. Also Rewe. Als Hauptgericht kocht Maximilian Kreuz Pasta mit Schinken. Beides wieder aus den Feinkostlinien und von Aldi Süd. Und hier sehen wir tatsächlich einen Unterschied. Der Gelbe, der meiner Meinung nach ein Produkt ist, das zusammengesetzt worden ist. Fällt sich auch ganz anders. Warum? Die zerfreien sich richtig fleischig. Diese sind für den Koch okay. Dieser ist so... Der bleibt hier nicht. Aber nicht der Aldi-Schinken. Wonach riecht der denn? Der Gelbe riecht so ein bisschen nach... Ich war eine Cola-Sauce. Ich weiß es nicht. Die sind noch plastisch. Was Gutes draus kochen will er trotzdem. Eine Herausforderung. Und was sagen die Gäste? Der hat so ein bisschen heiß. Es ist ganz einfach und leicht gefallen. Und zwar gelb. Gelb war für mich definitiv das Geschmackserlebnis in den drei Variationen. Ausgerechnet das Gericht, das der Koch so schlecht fand. Gewinner bei Pasta mit Schinken, Aldi und Edeka. Punktgleich. Und niemand war für Rewe. Und beim Nachtisch Tiramisu. Ich glaube nicht, dass das eine Gummireihe ist, ehrlich gesagt. Am schlimmsten war eigentlich das Grüne, weil das Optisch schon durchfiel, dass der Keks ist gar nicht als Keks zu erkennen. Das ist mein eigener Krissel. Und nicht nur ihm ging es so. Überall blieb das Tiramisu mit dem grünen Punkt liegen. Wir lösen auf. Also Rewe war grün. Rot ist Edeka. Und gelb ist Aldi. Warum fanden Sie das jetzt krass? Ja, weil wir halt sehr viel im Rewe einkaufen gehen. Und es ja nicht gerade billig ist, wenn man das jetzt mit anderen Discounts vergleicht. Und es schockt mich dann, dass es doch in Allgemeinheit so schlecht abgeschnitten hat. Das Ergebnis unseres Dinners. Rewe war zwar mit Abstand am teuersten. Aber von den 36 Sternen, die zu vergeben waren, bekam Rewe nur 5. 2. wird Edeka und Aldi gewinnt. Dabei verkauft Aldi die Produkte gar nicht als Feinkost. Besser als Discount-Ware? Bei der Frische fanden wir nicht. Beim Fleisch der Aufpreis nicht immer gerechtfertigt. Bei der ausgewählten Feinkost vor allem Rewe enttäuschend. Unser 3. Checkurteil. Die Qualität bei Rewe ist mäßig. Bei Edeka in Ordnung. Ein Werbespot von Rewe. Präsentiert wird die Vision einer besseren Welt. Auch kleine Taten verbessern die Welt. ProPlanet. Das Label für Nachhaltigkeit von Rewe. Unter anderem auf Tomaten und Paprika. Wer sie kauft, tut angeblich Gutes. Denn Rewe will, so die Homepage, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessern. Und zwar im Zuge des Anbaus. Also bei denen die Tomaten für Rewe ernten, die Verpackung verspricht, soziale Bedingungen verbessert. Die Werbung suggeriert Transparenz. Und das kann jeder sehen und nachprüfen. Nachprüfen? Das machen wir und fliegen nach Spanien. Die Region Almeria ist die sonnigste Gegend des Landes. Touristen kommen gern. Großeinkäufer von Supermarktketten auch. Fast 13.000 Erntebetriebe gibt es. Die Besitzer haben die Landschaft mit Gewächshäusern zugepflastert. Damit wir das ganze Jahr über Tomaten und Paprika essen können. Unterwegs beobachten wir hinter den Planen der Gewächshäuser Erntehelfer. Hier arbeiten zehntausende Tagelöhner. Viele davon Flüchtlinge. Unser vierter Check. Wie fair sind Rewe und Edeka wirklich? Wir wollen uns selbst ein Bild machen. Rewe weiß noch nicht, dass wir in Spanien sind. Geht es den Arbeitern, die pro Planet Gemüse ernten, wirklich besser? Auf der Homepage finden wir keine Angaben zu den Plantagenbesitzern. Wir fragen Rewe, bekommen zunächst keine Auskunft. Auf den Produkten stehen nur die Verpackungsbetriebe, an die die Bauern liefern. Wir hoffen, wenn wir hier reinkommen, dann können wir mehr über die Bauern und ihre Arbeiter herausfinden. Aber der Manager wimmelt uns erstmal ab. Wir sollen uns schriftlich melden. Ähnlich geht es uns auch bei anderen Betrieben. Wir kommen nirgends weiter. Keiner will uns etwas sagen darüber, wie Rewe die sozialen Bedingungen im Zuge des Anbaus verbessert hat. Aber wir bekommen Kontakt zu Menschen, die mit uns sprechen wollen. Mitten zwischen den Treibhäusern treffen wir Fatima und Abdallah. Auf engstem Raum leben sie zu fünft, mit ihrem Sohn und dessen Familie. Abdallah arbeitet in einem der Verpackungsbetriebe, die für pro Planet Gemüse liefern. Fatima hat früher auch dort gearbeitet und in der Ernte. Sohn Mohammed ernährt seine Familie als Tagelöhner. Man ist in der Verpackung unter ständiger Beobachtung. Man muss ununterbrochen arbeiten. Wenn man mehr als fünf Minuten auf der Toilette braucht, bekommt man zwei Tage Arbeitsverbot. Wer nicht arbeiten kann, wird gefeuert. Von besseren sozialen Bedingungen, wie Rewe sie auf der Packung verspricht, haben sie nichts mitbekommen. Sie kommen gerade über die Runden, solange nicht einer seine Arbeit verliert. Aber ihnen geht es vergleichsweise gut, sagen sie. Viele Erntearbeiter leben in Slums, inmitten der Plantagen. Ein Mittelsmann fährt mit uns ins Labyrinth der Treibhäuser. Überall verschlossene Tore. Wir kommen nicht weiter. Erst einmal nicht. Edeka kooperiert in Sachen Umweltschutz, beispielsweise mit dem WWF. Ein eigenes Programm für bessere Arbeitsbedingungen, etwa bei der Ernte, gibt es aber nicht. Und was ist mit den Arbeitsbedingungen in Deutschland? Heinz-Wilhelm Paschmann sagt, er brauche keine Billiglöhner, sondern nur Fachkräfte. Wir brauchen Spezialisten, wir brauchen Leute, die diese Sortimente kennen. Ich habe keinen einzigen Ladenleiter, der nicht bei mir gelernt hat. Stolzer Mittelständler ist er also. Herrn Paschmann macht niemand große Vorschriften aus der Edeka-Zentrale in Hamburg. Und seinen Kollegen, den 4.500 anderen selbstständigen Kaufleuten, auch nicht. Kaum Vorschriften, das heißt aber auch in vielen Edeka-Märkten kaum Kontrolle. Was das bedeuten kann, erzählt eine Frau, die hinter einer Frischetheke arbeitet. Sie will nicht erkannt werden, weil sie Angst um ihren Job hat. Mein Chef zahlt nicht mehr nach Tarif. Und er hat in die Verträge geschrieben, dass die Leute Überstunden machen sollen, ohne dafür bezahlt zu werden. Im Vertrag einer Teilzeitkraft, den sie mitbringt, steht, die Arbeitszeit beträgt monatlich 90 Stunden. Sie kann sich aber auf bis zu 120 Stunden belaufen. Und Überstunden werden nicht extra vergütet. Wir zeigen das einem Arbeitsrechtler. Gerade was diese Arbeitszeit- und Bezahlungsregelung angeht, ist das Ding so illegal, dass der Arbeitgeber hiermit ganz gewaltige Probleme bekommen kann. Denn das ist Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen, wenn man vorsätzlich Lohn nicht ausbezahlt. Inzwischen hat ein Arbeitsgericht den Vertrag für ungültig erklärt. Aber ein einzelner Extremfall sei die Geschichte nicht, sagt die Gewerkschaft Verdi. In einer aktuellen Studie hat sie das Edeka-System untersucht. Ergebnis? Viele Kaufleute betrieben Tarifflucht, also Lohndumping. Und gerade mal ein bis zwei Prozent der selbstständigen Märkte hätten einen Betriebsrat. Edeka fühlt sich dafür nicht verantwortlich. Die Zentrale schreibt uns. Im selbstständigen Edeka-Einzelhandel liegt die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in der Verantwortung der Kaufleute. Bei Rewe ist alles zentraler organisiert, aber nicht unbedingt besser für die Mitarbeiter. Rewe gliedert, wie viele Edeka-Märkte auch, Arbeit aus, über Werkverträge an Fremdfirmen. Rewe gibt an, man lasse sich von diesen Firmen einen Stundenlohn von mindestens 6,63 Euro zusichern. Das werde auch kontrolliert. Trotzdem. Man ist nicht mehr für dieses Personal verantwortlich. Man kauft ein bestimmtes Ergebnis, vollgefüllte Regale und dafür bezahlt man. Wie dieses Ergebnis zustande kommt, ist dann eigentlich Sache des Werkunternehmers. Auch wie er seine Leute behandelt, wie er sie bezahlt, das alles ist nicht mehr das Problem des Auftraggebers. So macht es Rewe auch in seinem Fleischwerk Wilhelm Brandenburg. Arbeiter zerteilen bei 2 Grad Kälte Schweinehälften so schnell sie können. Im Akkord. Sind das alles Ihre Angestellten oder ist das eine Fremdfirma? Das ist eine Fremdfirma. Was für eine Fremdfirma ist denn das? Das ist die Firma Salamandra. Also die kommen hierher und arbeiten praktisch... Das sind Werksvertragsnehmer, ja. Salamandra ist eine Firma aus Rumänien. Die Arbeiter, die wir ansprechen, verstehen kein Deutsch. Was kriegen die in der Stunde, die Leute? Wir haben vereinbart, mindestens 7,50 Euro. 7,50 Euro. Der Tariflohn für einen ungelernten Fleischzerleger liegt hier in Hessen bei mindestens 11,44 Euro. 4 Euro höher. Rewe betont, die Konkurrenz arbeite noch häufiger mit Fremdfirmen. So oder so, es bleibt Lohndumping. Und ausgerechnet in Spanien will Rewe es besser machen? Dort will Rewe mit einem eigenen Label die sozialen Bedingungen verbessert haben. Pro Planet. Ein Vorzeigeprojekt, wie Konkurrent Edeka es nicht hat. Nur gesehen haben wir davon bisher nichts. Inmitten der Gewächshäuser haben wir eine Zufahrt zu einem Hüttendorf gefunden. Es ist ein Ort, den wir in Europa nicht erwartet haben. 80 Menschen leben auf einem verlassenen Gelände zwischen den Treibhäusern. Viele arbeiten als Tagelöhner. Wir treffen Hassan, der uns in seine Hütte führt. Die teilt er sich mit seiner Freundin. Sie leben seit zwei Jahren hier. Es gibt kein fließendes Wasser. Dauernd ist etwas kaputt. Aber sie bemühen sich um etwas Wohnlichkeit. Das hier habe ich gerade gestern fertig gemacht. Dann kommt die Kälte nicht mehr so rein. Abends machen die Besitzer der umliegenden Plantagen die Zufahrten dicht, erzählt Hassan. Wir kriegen keinen Schlüssel. Hier drin lebt man wie ein Sklave. Nachts kommt keiner raus. Wenn dann einer krank wird, dann stirbt er hier. Hassan hat Freunde eingeladen, die bereit sind, mit uns zu reden. Sie leben auch hier und arbeiten in den Gewächshäusern. Das Leben ist sehr schwer hier. Die Arbeit ist sehr hart. Weißt du, wie heiß es in so einem Gewächshaus werden kann? Ich habe zwei Jahre gelitten. Mein Chef wollte mir keinen Vertrag geben. Als ich ihn gefragt habe, hat er mich rausgeschmissen auf die Straße. Ich habe einen Monat gearbeitet. Aber mein Chef hat nur zehn Tage für die Sozialversicherung angemeldet. So ist das hier. 4.000 Menschen leben rund um Almeria in solchen Hütten-Dörfern, sagt das Rote Kreuz. Wem die Gewächshäuser gehören, wissen die Tagelöhner oft gar nicht. Vermittler bringen sie hin und geben ihnen oft auch ihren Lohn. Viele Bauern beuten diese Arbeiter aus. Kann Rewe ausschließen, dass das auch auf Plantagen von ProPlanet passiert? Wie streng kontrolliert das Unternehmen die Plantagenbesitzer? Wir fragen Rewe nochmal. Das Unternehmen soll uns Adressen nennen, damit wir das selbst nachprüfen können. Zwischenzeitlich treffen wir uns mit Federico Pacheco von der Landarbeitergewerkschaft, zeigen ihm das ProPlanet-Siegel. Wir kennen diese Siegel durch unseren Kontakt mit Deutschland. Aber das ist nicht wahr. Der deutsche Verbraucher wird angelogen. Bei den großen Mengen, die Rewe hier kauft, kann das Unternehmen unmöglich garantieren, dass dieses Produkt von einem Produzenten kommt, der die sozialen Bedingungen verbessert hat. Einige Tage später hat Rewe Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen. Ein ganzer Tross kommt an, ausgerüstet mit zwei Kameras, die uns auf Schritt und Tritt beobachten. Erster Termin, eine Stiftung, die Rewe unterstützt. Rewe spendet nicht nur für ein SOS-Kinderdorf im Senegal, sondern auch in Almeria. Rund 100.000 Euro für zwei Flüchtlingsunterkünfte. Rewe tut was. Aber für das Vorzeigeprojekt ProPlanet arbeiten diese Männer nicht. Und so machen wir noch einen Versuch. Kann der Pressesprecher uns jetzt Betriebe nennen, in denen Rewe die sozialen Bedingungen verbessert hat? Wir haben eine sehr lange Liste. Das sind, wenn ich jetzt über Paprika und Tomaten spreche, über die wir ja hier schwerpunktmäßig sprechen, sind das sicherlich 700 Erzeuger. Nur ich bitte um Verständnis, wir gehen da sehr fair und oft mit unseren Partnern um und haben uns im Sinne unserer Partner dazu verpflichtet, diese Liste nicht öffentlich zu machen. 700 Bauern. Zu einem von ihnen führt uns Rewe dann doch. Aber wir kommen angemeldet. Das sagt also wenig aus. Wie gut kann Rewe diesen Betrieb wirklich kontrollieren und die vielen hundert anderen? Das ist die Frage, wie Sie jetzt Kontrolle interpretieren. Kontrolle im Sinne einer Garantie, die können wir im Moment einfach heute noch nicht geben. Es sind 700 Betriebe mit wechselnden Arbeitern. Während unserer Recherchen hat Rewe seine Homepage geändert. Nun heißt es nicht mehr, man wolle im Zuge des Anbaus die Lebensbedingungen verbessern. Tomaten und Paprika mit sozialem Gütesiegel, das passt in die bunte Welt der Supermärkte. Genau wie ordentlich bezahlte Mitarbeiter. Doch die Wirklichkeit sieht zu oft anders aus. Unser viertes Checkurteil, die Fairness bei Rewe und bei Edeka ist unzureichend. Unterwegs zwischen Supermarktregalen waren wir auf der Suche nach dem Besonderen bei Rewe und Edeka und nach ihren Tricks. Die machen das schon so, dass man denkt, man möchte das kaufen. Und so haben wir Edeka und Rewe gesehen. Beide erstaunlich ähnlich. Mit vielen Kniffen reizen sie uns zum Geldausgeben. Trotzdem, bei insgesamt zivilen Preisen muss man sich nicht ruinieren. Die eigenen Produkte, gemessen am selbstbestellten Anspruch, oft enttäuschend. Und die Arbeitswelt, ein trauriger Kontrast zum Konsumparadies. Mehr Videos finden Sie in dir, das erste Media. Der Fettgehalt bei den abgepackten Produkten ist hoch. Vor allem bei der Discount-Ware. Hier fällt leider das Produkt der Marke ja auf, weil der Fettgehalt weit über dem deklarierten Wert liegt. Die Fettgehaltung sind angegeben 19,8 und wir finden 22,4. Und wir finden nach unserer Fleischuntersuchung immer große Preisunterschiede, aber nicht immer Unterschiede in der Qualität. Geben wir Rewe und Edeka noch eine Chance und Passanten die Gelegenheit, an einem feinen Essen teilzunehmen. Zubereitet von einem Sternenkoch. Der bereitet das zu für uns ganz schön. Der Junge, ne? Genau, das ist der Maximiliankreuz. Auf den Tisch kommen die Feinkost-Eigenmarken von Rewe und Edeka und Vergleichsprodukte von Aldi Süd. Mal sehen, was der Sternekoch dazu sagt. Wo kaufen Sie denn Ihre Produkte eigentlich? Größtenteils versuchen wir direkt zu beziehen beim Hersteller. Sprich, wir versuchen auch regional zu bleiben beim Bauern. Hohe Ansprüche eines Sternekochs. Erste Vorbereitungen für unser Drei-Gänge-Menü. Und wir packen schon mal weiter aus. Schinken und Salami aus der Länderlinie von Edeka und von der Rewe-Eigenmarke Feine Welt. Sie treten an gegen die entsprechenden Aldi-Produkte. Alles neutral verpackt, auch für den Koch. Gelb ist Aldi, rot ist Edeka und grün ist Rewe. Jetzt darf auch der Koch wieder in seine Küche. Ja, Herr Kreuz, wir sind jetzt fertig. Das ist jetzt alles ganz neutral. Wir haben nur noch die kleinen bunten Klebeputel, die Ihnen jetzt nichts sagen. Und würden Sie jetzt Ihrer Kunst überlassen? Vielen Dank. Vorspeise, Olivenöl, Salami und Schinken. Der Sternekoch probiert. Also ich finde, ein Schinken muss eher schmelzen auf der Zunge, als dass man so wahnsinnig hoffnung kommen muss. Und schmelzt für mich eigentlich noch nichts. Wie sehen es die Gäste? Unsere zwölf Testesser sind da. Und wir servieren den ersten Gang. Guten Appetit. Guten Appetit. Also beim Schinken ist es mir sehr leicht gefallen. Ich muss mich wirklich bei einem schütteln. Von den Olivenölen her gefällt mir keins. Ranzig. Fahrt. Allenfalls gut, um die Fahrradkette damit zu ölen. Direkt nach dem Gang die Bewertung. Das beste Gericht bekommt von jedem Gast ein Sternchen. Am meisten Sternchen bekommt Grün. Also Rewe. Hassan hat Freunde eingeladen, die bereit sind, mit uns zu reden. Sie leben auch hier und arbeiten in den Gewächshäusern. Das Leben ist sehr schwer hier. Die Arbeit ist sehr hart. Weißt du, wie heiß es in so einem Gewächshaus werden kann? Ich habe zwei Jahre gelitten. Mein Chef wollte mir keinen Vertrag geben. Als ich ihn gefragt habe, hat er mich rausgeschmissen auf die Straße. Ich habe einen Monat gearbeitet. Aber mein Chef hat nur zehn Tage für die Sozialversicherung angemeldet. So ist das hier. 4.000 Menschen leben rund um Almeria in solchen Hüttendörfern, sagt das Rote Kreuz. Wem die Gewächshäuser gehören, wissen die Tagelöhne oft gar nicht. Vermittler bringen sie hin und geben ihnen oft auch ihren Lohn. Viele Bauern beuten diese Arbeiter aus. Kann Rewe ausschließen, dass das auch auf Plantagen von ProPlanet passiert? Wie streng kontrolliert das Unternehmen die Plantagenbesitzer? Wir fragen Rewe nochmal. Das Unternehmen soll uns Adressen nennen, damit wir das selbst nachprüfen können. Zwischenzeitlich treffen wir uns mit Federico Paceco von der Landarbeitergewerkschaft. Zeigen ihm das ProPlanet-Siegel. Wir kennen diese Siegel durch unseren Kontakt mit Deutschland. Aber das ist nicht wahr. Der deutsche Verbraucher wird angelogen. Bei den großen Mengen, die Rewe hier kauft, kann das Unternehmen unmöglich garantieren, dass dieses Produkt von einem Produzenten kommt, der die sozialen Bedingungen verbessert hat. Einige Tage später hat Rewe Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen. Ein ganzer Tross kommt an, ausgerüstet mit zwei Kameras, die uns auf Schritt und Tritt beobachten. Erster Termin, eine Stiftung, die Rewe unterstützt. Rewe spendet nicht nur für ein SOS-Kinderdorf im Senegal, sondern auch in Almeria. Rund 100.000 Euro für zwei Flüchtlingsunterkünfte. Rewe tut was. Aber für das Vorzeigeprojekt ProPlanet arbeiten diese Männer nicht. Und so machen wir noch einen Versuch. Kann der Pressesprecher uns jetzt Betriebe nennen, in denen Rewe die sozialen Bedingungen verbessert hat? Wir haben eine sehr lange Liste. Das sind, wenn ich jetzt über Paprika und Tomaten spreche, über die wir ja hier schwerpunktmäßig sprechen, sind das sicherlich 700 Erzeuger. Nur, ich bitte um Verständnis, wir gehen da sehr fair und oft mit unseren Partnern um und haben uns im Sinne unserer Partner dazu verpflichtet, diese Liste nicht öffentlich zu machen. 700 Bauern. Zu einem von ihnen führten Familie. Abdallah arbeitet in einem der Verpackungsbetriebe, die für ProPlanet Gemüse liefern. Fatima hat früher auch dort gearbeitet und in der Ernte. Sohn Mohammed ernährt seine Familie als Tagelöhner. Man ist in der Verpackung unter ständiger Beobachtung. Man muss ununterbrochen arbeiten. Wenn man mehr als fünf Minuten auf der Toilette braucht, bekommt man zwei Tage Arbeitsverbot. Wer nicht arbeiten kann, wird gefeuert. Von besseren sozialen Bedingungen, wie Rewe sie auf der Packung verspricht, haben sie nichts mitbekommen. Sie kommen gerade über die Runden, solange nicht einer seine Arbeit verliert. Aber ihnen geht es vergleichsweise gut, sagen sie. Viele Erntearbeiter leben in Slums, inmitten der Plantagen. Ein Mittelsmann fährt mit uns ins Labyrinth der Treibhäuser. Überall verschlossene Tore. Wir kommen nicht weiter. Erst einmal nicht. In Deutschland bei Edeka. Bei Heinz-Wilhelm Paschmann. Edeka kooperiert in Sachen Umweltschutz beispielsweise mit dem WWF. Ein eigenes Programm für bessere Arbeitsbedingungen, etwa bei der Ernte, gibt es aber nicht. Und was ist mit den Arbeitsbedingungen in Deutschland? Heinz-Wilhelm Paschmann sagt, er brauche keine Billiglöhner, sondern nur Fachkräfte. Wir brauchen Spezialisten, wir brauchen Leute, die diese Sortimente kennen. Ich habe keinen einzigen Ladenleiter, der mich bei mir gelernt hat. Stolzer Mittelständler ist er also. Herrn Paschmann macht niemand große Vorschriften aus der Edeka-Zentrale in Hamburg. Und seinen Kollegen, den 4.500 anderen selbstständigen Kaufleuten, auch nicht. Kaum Vorschriften, das heißt aber auch in vielen Edeka-Märkten kaum Kontrolle. Was das bedeuten kann, erzählt eine Frau, die hinter einer Frischetheke arbeitet. Sie will nicht erkannt werden, weil sie Angst um ihren Job hat. Mein Chef zahlt nicht mehr nach Tarif. Und er hat in die Verträge geschrieben, dass die Leute Überstunden machen sollen, ohne dafür bezahlt zu werden. Im Vertrag einer Teilzeitkraft, den sie mitbringt, steht, die Arbeitszeit beträgt monatlich 90 Stunden. Sie kann sich aber auf bis zu 120 Stunden belaufen. Und Überstunden werden nicht extra vergütet. Wir zeigen das einem Arbeitsrechtler. Gerade was diese Arbeitszeit- und Bezahlungsregelung angeht, ist das Ding so illegal, dass der Arbeitgeber hiermit ganz gewaltige Probleme bekommen kann. Denn das ist Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen, wenn man vorsätzlich Lohn nicht ausbezahlt. Inzwischen hat ein Arbeitsgericht den Vertrag für... Aber hier haben Sie die Auswahl. Die Vielfalt, das ist etwas, was einfach Lebensqualität ist. Und Vielfalt ist ein Aushängeschild für den Supermarkt. Unsere Rewe-Kunden füllen derweil den Wagen mit Obst und mit Brot. Obwohl es eigentlich nur Milchprodukte sein sollten. Ich nehme die jetzt einfach mal. Vier Stück. Gut. Reicht nicht. Fünf Flammkuchen obendrauf. Das alles ist aus Butter, Joghurt und Milch geworden. Was war besonders ansprechend? Also gerade solche Sachen hier wie diese... Wir haben jetzt Flammkuchen von Steinhaus. Die Marke ist bekannt, das ist attraktiv, das ist immer teurer als alles. Das hätte ich jetzt in der Woche vielleicht nicht gekauft. Aber ich dachte jetzt zum Wochenende, macht einfach mehr Spaß auch. Also ich lasse mich auch optisch durchaus verführen. Keiner von 15 Kunden, die wir beobachtet haben, kam nur mit dem raus, was er ursprünglich kaufen wollte. So muss das auch sein. Aus Sicht der Supermärkte. Eine Studie der GfK zeigt, mehr als ein Drittel der Einkäufe im Supermarkt machen wir spontan. Wir denken uns nicht viel dabei, aber die Händler schon. Sie verführen letzten Endes durch ihre Vielfalt. Wenn wir bei Ali vielleicht zwei Sorten Essig haben, dann haben wir hier 30 Sorten Essig. Der billigste 39 Cent. Der teuerste 9,99 Euro. Was passiert im Gehirn und sagen, oh ist es wirklich wert, 9 Euro auszugeben für den Essig? Da schmeißt das Gehirn schon einen Veto ein und sagen, oh der ganz billige, ob das noch gesund ist, wenn es so teure gibt. Dann gehen sie dann auf Nummer sicher und nehmen halt die Mitte. Diese Entscheidung haben sie beim Discount-Off. Gar nicht, weil es nur eine Sorte gibt. Während es bei Aldi rund 1000 Produkte gibt, können es bei Rewe oder Edeka bis zu 50.000 Artikel sein. Und da greift man auch schon mal zum Teureren. Auch Extras, zum Beispiel für die Kleinen, sind nett. Aber nicht nur nett gemeint. Sammeln Sie die Bilder? Ja. Sammeln Sie die Bilder? Sammelbilder für einen Einkauf ab 10 Euro. Sammeln Ihre Kinder auch diese Sticker eigentlich? Ja, wir haben drei Alben zu Hause. Gehen Sie deswegen auch hierher? Da zerren sich die Kinder hin. Der Oskar kommt dann an und sagt, hast du schon für 10 Euro eingekauft. Gehen wir jetzt für 10 Euro einkaufen. Also so geht das. Und Rewe ist zu seinen Kunden ein weiteres Mal nett. Und Bargeld mit mir? Rewe. Machen Sie auch manchmal diese Cashback-Geschichte, dass man Geld abheben kann bei Rewe? Ja. Legen Sie dann auch was drauf, um auf diese 20 Euro zu kommen? Also beim Schinken ist es mir sehr leicht gefallen. Ich musste mich wirklich bei einem schütteln. Von den Olivenölen her gefällt mir keins. Ranzig. Pfad. Allenfalls gut, um die Fahrradkette damit zu ölen. Direkt nach dem Gang die Bewertung. Das beste Gericht bekommt von jedem Gast ein Sternchen. Am meisten Sternchen bekommt Grün, also Rewe. Als Hauptgericht kocht Maximilian Kreuz Pasta mit Schinken. Beides wieder aus den Feinkostlinien und von Aldi Süd. Und hier sieht man tatsächlich einen Unterschied. Der gelbe, der meiner Meinung nach ein Produkt ist, das zusammengesetzt worden ist, fällt sich auch ganz anders. Warum? Die zerfallen so richtig fleischig. Diese sind für den Koch okay. Dieser ist so, wer bleibt hier ist. Aber nicht der Aldi-Schinken. Wonach riecht der denn? Der gelbe, der riecht so ein bisschen nach. Ich war eine Cola-Lose, ich weiß es nicht. Die sind noch plastisch. Was Gutes draus kochen will er trotzdem. Eine Herausforderung. Und was sagen die Gäste? Der ist ein bisschen heiß. Es ist ganz einfach und leicht gefallen, und zwar gelb. Gelb war für mich definitiv das Geschmackserlebnis in den drei Variationen. Ausgerechnet das Gericht, das der Koch so schlecht fand. Gewinner bei Pasta mit Schinken, Aldi und Edeka. Punktgleich. Und niemand war für Rede. Und beim Nachtisch? Tiramisu. Ich glaube nicht, dass das eine Gummireihe ist, ehrlich gesagt. Am schlimmsten war eigentlich das Grüne, weil das optisch schon durchfiel, dass der Keks ist gar nicht als Keks zu erkennen. Das ist nur ein Gekrissel. Und nicht nur ihm ging es so. Überall blieb das Tiramisu mit dem grünen Punkt liegen. Wir lösen auf. Also Rewe war grün, rot ist Edeka und gelb ist Aldi. Warum fanden Sie das jetzt krass? Ja, weil wir halt sehr viel im Rewe einkaufen gehen. Und es ja nicht gerade billig ist, wenn man das jetzt mit anderen Discounts vergleicht. Und es schockt mich dann, dass es doch in Allgemeinheit so schlecht abgeschnitten hat. Das Ergebnis unseres Dinners. Rewe war zwar mit Abstand am teuersten. Aber von den 36 Sternen, die zu vergeben waren, bekam Rewe nur 5. Zweiter wird Edeka und Aldi gewinnt. Dabei verkauft Aldi die Produkte gar nicht als Feinkost. Besser als Discount-Ware? Bei der Frische fanden wir nicht. Beim Fleisch der Aufpreis nicht. Doch billig, sagt die Edeka-Werbung, kann jeder. Hier, Preisschilder, Druck frisch, Heidelbeeren, Ernte frisch. Edeka kann angeblich mehr. Die Qualität ist schon besser, gerade bei Obst und Gemüse. Also bei Rewe und Edeka beides. Bei den Discountern ist das nicht immer so. Da muss man auch aufpassen. Rewe und Edeka versprechen das gewisse Extra. Aber stimmt das? Ist das Gemüse frischer? Das Fleisch hochwertiger? Und die Feinkost noch leckerer? Unser dritter Check. Ist die Qualität besser als beim Discounter? Die Nachwuchsjournalisten hatten übrigens noch eine zweite Aufgabe. Einkaufen frische Produkte. Feldsalat, Zucchini und Trauben. Wieder in vier Städten, bei vier Märkten. Von jedem Feldsalat bringen wir eine Packung ins Labor. Sind die Salate mit Keimen belastet? Eine Probe von Edeka in Erfurt fällt direkt auf. Hier hat jetzt schon, wie man das sieht, eigentlich so einen Verrottungsprozess eingesetzt. Man sieht auch hier die Flüssigkeit, die sich zum Teil hier sammelt. So braune Flüssigkeit an den Blättern. Und da sind sicherlich auch so Fäulnisbakterien drin. So was darf eigentlich nicht mehr verkauft werden. Feldsalat, Zucchini und Trauben packen wir in den Kühlschrank. Was hält wie lange? Kameras halten die Veränderung fest. Und wir haben Zeit für die Fleischtheke. Ich hätte gerne ein kleines Stück Kälzer Leberwurst. Wir entscheiden uns für Hackfleisch. Rewe und Edeka haben das in drei Preisstufen. Beispiel Rewe. Das Discount-Hack zu 2,35 Euro. Deutlich teurer Wilhelm Brandenburg und die Theke. Immer 500 Gramm. Wo die Unterschiede sind, soll uns ein Labor erklären. Worauf kommt es bei Hackfleisch an? Entscheidend ist sicherlich der Bindegewebsanteil. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Aber das ist für den Wert des Produktes ganz entscheidend. Wie viel Bindegewebe, wie viel Muskelfleischanteil ist da drin. Für eine genaue Analyse werden die Hackfleischproben zerkleinert, mit Sand gemischt und dann getrocknet. Das zieht das Fett aus dem Filter raus und tropft es nach und nach in meinen Topf rein. Und das Fett, was Sie nachher dann rauskriegen, das können Sie wiegen und wissen dann den Fettanteil? Genau. Wir sind gespannt. Welches Spiel? Welcher war am besten? Rewe. Warum? Ich fand den am würzigsten und so ein bisschen... der erste hat mir am besten geschmeckt. Das ist der von Rewe. Warum war der am besten? Der war fester in der Konsistenz. Ich fand den Edeka-Käse am besten. Der war weich und geschmacklich am besten. Aha. So funktionieren wir. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Bild. Das Bild ist ja eigentlich gleich, aber der Rahmen macht dann die Entscheidung. Sie können ein Bild nehmen wie die Mona Lisa, da ist eben ein barocker Rahmen drin. Wenn Sie an Edelstahlrahmen sagen, dann ist alles gebüllt. Und somit ist die Marke dann irgendwie besser. Besser. Unser erster Check. Mit welchen Verkaufsmaschen arbeiten Rewe und Edeka? In der Logik unseres Marketing-Profis ist der Discounter der Edelstahlrahmen. Edeka und Rewe sind der prachtvolle Barockrahmen. Der Mann war früher Manager im Supermarkt und weiß, wovon er spricht. Der Supermarkt von heute fängt immer an mit Frische. Wenn Sie das sehen, das wirkt einfach frischer. Und dort, wo Frische ist, gibt es einen anderen Boden als im Rest des Ladens. Warum wird das gemacht? Warum habe ich hier einen anderen Boden? Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, Sie erleben die Welt ja mit allen Sinnen. Wenn Sie einen Boden haben, der mehr natürlich ist, glauben Sie auch, dass es natürlicher ist. Noch besser wäre zum Beispiel ein Pflasterboden, der Ihnen subluriert. Sie sind auf dem Markt. Also je mehr ich mich hier auf dem Markt fühle, umso mehr glaube ich, es ist frischer. Und bin auch bereit, dann mehr zu bezahlen, komischerweise. Ein paar Schritte weiter ist der Kunde dann gefühlt beim Metzger. Sie sehen ja hier die Fleischtheke hier. Gucken Sie den Menschen, der dahinter ist. Glauben Sie, dass der Metzger ist? Ja, ich glaube es ihm. Und das reicht erst mal. Das ist das Erste. Das heißt, ich kaufe mehr, wenn ich denke, der Mann hinter der Theke ist ein Metzger. Ja, komplett hin. Lassen wir uns tatsächlich so verführen und kaufen mehr als geplant? Wir sprechen Kunden vor ihrem Einkauf an und rüsten sie mit kleinen Kameras aus. Und was steht auf seiner Einkaufsliste? Die weiße Linie. Butter, Joghurt, Milch. Los geht's. Komm, dann gehen wir mal los. So. Das ist meine Kamera. Die kannst du vielleicht hinterher mal haben. Der erste Stopp beim Obst. Bremszone heißt das in der Branche. Jetzt kommt's raus im Fernsehen. Ich kaufe meine Unterhosen bei Chivo. Wir betrachten derweil das Ganze mal aus der Unternehmerperspektive. Bei Heinz-Wilhelm Paschmann. Seit 50 Jahren Edeka Kaufmann. Edeka? Was glauben Sie, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen? Also die sehen mir zufrieden aus. Der Edeka-Rebel-Check. Supermarkt-Riesen. Konkurrenten, aber ein Geschäftsmodell. Besser sein als die Discounter. Die Qualität ist besser als bei Aldi. Und man kann gezielter nehmen. Also man nimmt nur drei Pflaumen. Bei Aldi muss man gleich zehn Pflaumen nehmen. Ein bisschen exklusiver. Man fühlt sich da einfach so ein bisschen gehobener. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ein besseres Gefühl beim Einkaufen. Wie schaffen das die Supermarkt-Riesen? Rewe und Edeka ist für uns hochwertiger als ein Discounter, als Aldi, Lidl oder Penny, wie auch immer sie heißen. Das heißt, das hat auch was mit der Lärngestaltung zu tun. Sie haben das Gefühl, dass es da bessere Lebensmittel gibt. Das ist ganz klar. Gefühlt bessere Lebensmittel? Das wollen wir prüfen. Zunächst mit einer Reise in die Niederlande. Hier kaufen wir Orangensaft und Käse. Und zwar von Herstellern, die Rewe und Edeka nicht führen. Zurück in Köln füllen wir den Saft aus Venlo in die Flaschen der deutschen Supermärkte. Unser Experiment kann losgehen in der Essener Fußgängerzone. Hier ist er, unser niederländischer Orangensaft. Wir bieten ihn an als Saft von Lidl, Edeka, Aldi und Rewe. Fällt unser kleiner Schwindel auf? Na zdrowie. Den von Rewe fand ich am besten. Warum? Weil es nicht zu süß, aber auch nicht zu künstlich. Welcher schmeckt Ihnen denn am besten? Der erste. Der ist nicht so süß wie die anderen. Ja, der hat so richtig die richtige Note gehabt, finde ich jetzt einmal. Schon erstaunlich. Es ist immer der gleiche Saft, der hier bewertet wird. Nun servieren wir unseren holländischen Käse. Gleiches Spiel. Welcher war am besten? Rewe. Warum? Ich fand den am würzigsten und so ein bisschen cremig. Der erste hat mir am besten geschmeckt. Das ist der von Rewe. Warum war der am besten? Der war fester in der Konsistenz. Ich fand den Edeka-Käse am besten. Der war weich und geschmacklich am besten. Aha. So funktionieren wir. Die Edeka-Zentrale in Hamburg gibt Preisempfehlungen. Also alle Preise, die sich eigentlich beändern, die sehen wir hier drin. Das ist zum Beispiel ein Preis für nächste Woche. Da verändert sich der Preis. Der ist jetzt aktuell für 6,49 Euro und dann kostet der 5,49 Euro. Gibt es denn Preise, an die Sie sich zwingend halten? Ja, an die Werbung. Ja, und die Discount-Preise. Ja. Die Discounter geben hier den Ton an. Edeka richtet sich nach Aldi-Preisen. Wegen des Preises brauchte man eigentlich nicht zu einem Discounter zu gehen. Der Aldi hat im Lebensmittelbereich zwischen 800 und 1000 Artikel. Und wir haben rund 1100 Artikel gut und günstig. Und diese Artikel sind immer auf den Pfennig genau der Discounterpreise. Weil die Discounter alle den gleichen haben. Also das heißt, wenn Sie sehen, die Discounter haben die Milch preiswerter im Angebot, dann gehen Sie hier bei den Preisen runter? Wir würden gegen eines halben Tages auf jeden Fall genau denselben Preis. Tatsächlich? Wir kaufen im November die gleichen Produkte. Ja, bei Rewe, gut und günstig bei Edeka und dazu Aldi. Und stellen fest, das Toilettenpapier kostet bei Edeka, Rewe und Aldi Süd 1,95 Euro. Die Tüte Milch bei allen dreien 60 Cent. Und die Butter 95 Cent. Auf den Cent genau gleiche Preise bei den günstigen Eigenmarken. Und die Markenprodukte? Sind die teurer als bei den Discountern? Unsere Nachwuchsjournalisten haben ihren Auftrag erfüllt und Preise gecheckt für 15 Markenprodukte. In vier Städten, bei jeweils vier Supermärkten. Das Ergebnis? Der Warenkorb war im Schnitt bei Lidl am günstigsten. Dann Netto, dann Edeka, dahinter Rewe. Preisunterschied zwischen Rewe und Lidl gerade mal 1,50 Euro. Aber kann man bei Rewe und Edeka auch billiger davon kommen? Wenn man auf die Angebote achtet, dann geht's. Frischfleisch und so, ist ganz gut. Joghurt und Butter und Fleisch, die haben ja immer Sonderangebote. Die haben wir noch nicht berücksichtigt. Sonderangebote. Supermarkt oder Discounter? Wo macht man die besten Schnäppchen? Eine Frage für die Experten von der Internetseite Lebensmittelsuchmaschine. Sie haben sich darauf spezialisiert, die Sonderangebote aus ganz Deutschland auszuwerten. Preisvergleich per Mausklick. Wenn ich jetzt Butter suche als Verbraucher und ich will das günstigste Sonderangebot, was kann ich denn dann machen? Relativ einfach. Sie geben Ihre Postleitzahl an, damit das System erkennt, in welcher Region Sie leben und wo Sie einkaufen wollen. Legen Sie dann auch was drauf, um auf diese 20 Euro zu kommen? Ab und an, ja. Wenn ich weiß, dass ich Geld abheben muss, dann überlege ich mir schon vorher, wie ich auf die 20 Euro komme. Alles Verkaufsmaschen, die einem die Laune nicht verderben. Uns nicht und Edeka und Rewe erst recht nicht. Na, Zorowie. So richtig verführt werden wir aber durch das Image der Supermärkte. Denn kaum jemand hat gemerkt, dass wir viermal den gleichen Orangensaft und den gleichen Käse aus Fenlo an unserem Stand angeboten haben. Fast alle hatten einen Favoriten und das war eher selten ein Discounter. Schon häufiger Edeka und vor allem Rewe. Wenn ich Ihnen sage, dass es alles die gleichen war. Das glaube ich. Aber ich. Nee. Ich habe wirklich gedacht, der erste war ein anderer. Ja, habe ich gedacht. Was sagt ihr jetzt? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Also hat schon irgendwie verschieden geschmeckt. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil irgendwie war immer so eine andere Konsistenz und hat auch anders geschmeckt irgendwie. Die Marke, die Verkaufsmasche. Edeka und Rewe, muss man einfach sagen, haben da eine gute Arbeit gemacht. Die haben ihre Marken im Bereich Lebensmittel dahin positioniert, dass die Menschen das Gefühl haben, die Wahrnehmung haben, sagen wir mal die Wahrnehmung, dass es da besser schmeckt. Und dann ist das so. Unser erstes Checkurteil. Die Verkaufsmaschen bei Rewe und Edeka sind ausgeklügelt. Wir sind in Köln beim Journalisten-Nachwuchs des WDR. Für unseren nächsten Check brauchen wir Unterstützung. Es geht um diesen Warenkorb. Es wäre super, wenn ihr für die Produkte, die hier drin sind, da die Preise notieren könntet. 15 Markenprodukte von Milka bis Almigurt. Vier Städte in Deutschland. Und acht Volontäre im Einsatz. Ja, dann kannst du los. Okay. Ja, ja. Viel Glück. Unser zweiter Check. Wie steht's mit dem Preis bei Edeka und bei Rewe? Zurück bei Herrn Paschmann. Manchmal wundert selbst er sich, wofür die Kunden Geld ausgeben. Das sind alles Tofu-Produkte. Ja, ich hab gedacht, das kauft kein Mensch. Also bei den Preisen. Aber das ist eben die Vielfalt. Und es gibt Leute, die das gerne kaufen. Wie teuer ist das? Naja, sehen Sie sich mal hier so ein kleines Ding. Da wird gerade einer satt. Noch nicht einmal. Das wäre für mich eine Vorspeise. Das kostet mal eben 3,30. Festgelegt werden die Preise und das Sortiment hier. Also hier sind wir im Allerheiligsten im Ladenleiterbüro. Von hier aus wird eigentlich der...